Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Entgegnen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Entgegnet. Entgegnete. Hat entgegnet. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich entgegne. Du entgegnest. Er entgegnet. Wir entgegnen. Ihr entgegnet. Sie entgegnen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich entgegnete. Du entgegnetest. Er entgegnete. Wir entgegneten. Ihr entgegnetet. Sie entgegneten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe entgegnet. Du hast entgegnet. Er hat entgegnet. Wir haben entgegnet. Ihr habt entgegnet. Sie haben entgegnet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich entgegne. Du entgegnest. Er entgegne. Wir entgegnete. Ihr entgegnet. Sie entgegnen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich entgegnete. Du entgegnete. Du entgegnetest. Er entgegnete. Wir entgegneten. Ihr entgegnetet. Sie entgegneten. Den Schluss macht der Imperativ. Entgegne du. Entgegnen wir. Entgegnet ihr. Entgegnen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb entgegnen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Entgegnen sie. Entgegnen sie. Entgegnen sie. Entgegnen sie.